Ja, richtig. Genau. Die Wohnung liegt in einem armen, vornehmlich schwarzen Viertel. Wir alle wissen, dass die schwarzen Typen auf weiße Frauen abwarten. Man sieht's mir vielleicht nicht an, aber ich bin selbst zum Teil schwarz. Und wenn ich nicht verheiratet wäre, dann würden sie... So, hier. Verhaftet. Stan Minton, Sie sind verhaftet wegen Betrugs. Sind Sie zu einem Urteil gekommen? Wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten für Schuld. Was? Verurteilt. Ich bin reich. Ich will so ein O.J. Simpson. Jetzt haben Sie sechs Monate, um Ihre Angelegenheiten zu regeln. Was soll das denn bedeuten? So ein Typ wie du? Wir haben gefundenes Fressen. Verängstigt. Die wollen mich vergewaltigen. Er trainiert mit dem Meister. Jeden Tag geht er an seine Grenzen. Überwindet das Unmögliche. Und wird so zum Kämpfer. Können Sie mir irgendwas um ein Puhloch herum tätowieren, damit es nicht so einladend aussieht? Jetzt deugt euch schön nach vorne. Der ist der härteste Typ hier. Entschuldige, bitte. Der Held. Ich wollte dir danken für das, was du getan hast. Die Ein-Mann-Armee. Das will auch in deiner Gang sein. Ich hab keine Gang. Sein Arsch gehört nur ihm. Das hier hab ich gemacht. Aus drei Seifenstücken und nem Schnürsenkel. Rob Schneider. Es gibt viele Dinge, mit denen du nicht rechnen würdest. Ach, wirklich? Und was? Mr. Munton, haben Sie noch irgendetwas zu sagen? Eine schöne Bluse, die Sie da tragen? Können Sie die mal ein bisschen aufmachen? Halt den Arsch! Weg in Haltigung, abgeben Sie sich! Big Stam sieht aus wie ein Alien, der direkt in meine Seele starrt. Die Investitionen Die Investitionen Der Justizide Die Investitionen Woist